Das finde ich auch so interessant. Also ich mache das hier just for fun, weil ich da Spaß dran habe und weil ich hoffe, dass ich zumindest ein paar wenige Leute damit irgendwie unterhalten kann. Und ich finde das immer so geil Kommentare zu lesen bei Gronkh oder bei anderen wo dann drinsteht, du versuchst mir meinen Tag du hast mir durch schwere Zeiten geholfen und all sowas. Sowas würde ich auch gerne für Menschen tun. Beziehungsweise wenn ich das mit wenn ich so etwas mit nur ein paar Videos wo ich Spaß dran habe erreichen kann boah, das wäre das wäre genial das wäre Bombe. Und das sind halt so ein, zwei Beweggründe, weswegen ich YouTube mache warum ich damit angefangen habe in erster Linie, weil ich Spaß daran habe zweitens, weil ich anderen Leuten eine Freude damit machen möchte und ja so und dann gibt es aber Leute YouTuber die weiß ich nicht die sehen dann einen Gronkh oder einen Unge oder ein ich weiß nicht was die ich sag mal es gibt ja auch andere die dann die sich dann irgendeine Maske aufsetzen und ja die haben damit Erfolg die Leute finden das lustig die Leute finden das geil klicken es die YouTuber machen natürlich so weiter ist klar so und das sehen dann andere und denken sich boah ey so einfach Geld verdienen ey jo mache ich auch ähm nee ist nicht ich glaube ich habe schon mal über dieses Thema geredet oder weiß ich gar nicht ich nehme zu selten auf hier noch hier ist kein Holz mehr drin oder ne ich glaube nicht gut hey jetzt kommen wir schon fast bis zu unserem Haus gucken yay und das wird so langsam aber ich glaube eine dritte Etage könnte da gar nicht schaden und hier müsste es nicht hoch sondern noch runter gehen hier ist eins zwei drei eins zwei drei okay das wäre dann die gleiche Höhe boah da habe ich aber einiges weg zu schaufeln oder mache ich dann nur so einen Weg da durch dann geht das hier lang ähm ähm wo ging es jetzt lang ach hier hier das heißt die Bäume können auch alle weg gut dann machen wir da glaube ich direkt mal ja eigentlich ist das jetzt nichts anderes als durch die Hürde zu wandern ne also durch äh unten Strip Mining und wie jetzt nicht alle wie gut dass wir uns eine zweite gemacht haben so eine Turtle wäre jetzt schön ey so eine Turtle aus dem Modpack aber das gibt es in 1.9 leider nicht falls doch falls ihr es besser wisst schreibt es mir in die Kommentare würde mich mal interessieren ob es schon 1.9er Mods gibt also nützlicher 1.9er Mods sowas wie Carpenters Technik Mods äh 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 keine Ahnung äh Life in the Roots Mod ich weiß gar nicht welche Mods das beinhaltet wäre cool so oh wie schön dass wir schon ja wie schön dass wir schon Eisenwerkzeug haben äh mit mit Steinen wäre würde das hier nicht so schnell gehen so und eben oh ich habe Hunger ich sollte gleich mal ein paar Setzlinge einsammeln sonst haben wir nachher keine mehr vor allem Birke ist irgendwie wenn die einmal ausgerottet sind da wieder ein neues Biom zu finden wo die wo die wo die wachsen das ist ist nicht schwierig aber das kostet dann auch wieder Zeit ne ah hier sind ein paar das ist das ist gut aber wahrscheinlich haben wir auch schon welche gesaved in der Kiste also eigentlich irgendwo auch wieder egal wir spielen aber nicht in Peaceful Mode oder ne Schwierigkeit normal alles klar kann ich auch gar nicht ändern das ist ja auf dem Server beziehungsweise ich könnte schon aber das wäre dann äh über Konsole etc ne wieso geht der ja deswegen geht der nicht weg geh weg verschwinde hier so den machen wir auch mal eben platt und das wird schon wieder Nacht oder ich glaube scheint so na komm wie geil das aussieht jetzt jetzt ist natürlich hier der Baum im Weg so Neues Thumbnail Wäre vielleicht mal was Ach ja schön Funktioniert das eigentlich hier? Oh cool meine Tastenkürzel funktionieren sogar Wahnsinn Wunderbar dann habe ich mit Spulen etc in game schon mal keine Probleme und ich glaube wir verziehen uns achso da wir sollten uns mal eben wieder nach Hause verziehen ansonsten kriegen wir gleich wahrscheinlich habe ich ein Zombie gehört? weiß es nicht so schnell zurück dann sieht man das überhaupt in der Facecam wenn ich hoch gucke ja vielleicht ein bisschen so was haben wir denn ja ein bisschen was haben wir ne dann gehen wir mal schnell haja lecker Kaffee lecker Kaffee so die können wir immer noch nicht benutzen boah ich fange hier ich fange hier vom nix tun schon wieder an zu schwitzen Leute ey der PC ist so warm Gold jetzt könnten wir auch mal einschmelzen unser Ofen hat gerade sowieso nix zu tun so jetzt komm die basteln wir direkt mal um hier hä quatsch bretter so so und so ha haben wir dann kann hier jetzt auch zugemacht werden wunderbar oh Gott ich kriege gerade Hunger ja so geht's äh dann brauchen wir noch die Verzierung den Stuck wie er sich so schön nennt ha hier lernt er sogar noch mal was ah schon zu Ende okay was ist denn los hier oh können wir wiederholen was soll das denn äh äh toll geil ich habe kein wiederholen im windamp eingeschaltet da war die Liste wohl schon durch aber gut wir sind auch schon wieder 40 Minuten dran boah wie die Zeit vergeht das ist ja der Wahnsinn ohne Witz ohne Witz also wenn ich hier keine durchgehenden Aufnahmen machen würde und dann die dann immer schneiden würde sondern immer alle 15 Minuten hi und tschüss und keine Ahnung was boah ich weiß gar nicht ob ich das überhaupt schaffen würde ohne Timer ich glaube ich müsste mir wirklich ein Wecker stellen damit ich das überhaupt mitkriege wenn 15 Minuten vorbei sind oder ich müsste mir mal ich könnte natürlich auch gucken dass ich haben wir noch Holz dabei dass ich so ne Uhr ja genial machen wir einfach so dass ich ist hier eigentlich warum ist hier eigentlich kein Stamm okay risky so machen dass ich mir quasi einen Wecker oder sowas als Programm auf dem PC pack den ich dann immer hier irgendwo schön im Blick habe und richtig große am besten über den ganzen Bildschirm damit ich das auch mitkriege bei Minecraft pvp wäre das ganze wieder etwas anders da würde ich sehr wahrscheinlich einfach nach jeder Runde cutten das sollte man dann ja mitkriegen so so ouch irgendwie irgendwie ist das noch nicht so ganz meins da fehlt irgendwie was so wenn ich euch jetzt hier drunter pack geht das noch ui ist aber knapp machen wir die 1 ich glaube wir machen das hier 1 weiter da muss das hier alles nochmal weg die komplette treppe wieder weg ach man ey na gut zum glück haben wir das noch nicht so noch nicht so weit gemacht ähm da seid ihr so das heißt hier noch Boden und dann kommt hier jetzt so und dann kommt hier so wie sieht denn das jetzt aus ja das gefällt mir schon besser hier ja ok alles schön zugebaut gehabt damit hier auch bloß nichts drin spawnen kann 1 2 3 so und ich sammle wieder auf so so machen wir hier jetzt machen wir hier eine Kuppelste ohne Wand ich glaube wohl ne könnte man mal machen so ich sollte mir vielleicht für das Treppenhaus was anderes überlegen hier mit dem Stock ich glaube das machen wir im Treppenhaus machen wir das glaube ich nicht das könnte vielleicht ein wenig komisch aussehen äh ich glaube hier muss das aber wieder so ja dann haben wir nein 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 achso deswegen weg 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 Treppenhaus ist dunkels Holz zack 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 so Bruchstein blendet boah blendet das ist ja wahnsinn ach boah boah ja ich glaube so gefällt mir das schon besser so dann können wir hier jetzt schön hoch gehen dann können wir hier jetzt schön hoch gehen so haben wir haben wir eigentlich schon gemacht Bruchstein Bruchstein oh dieses Wort ja ja wir haben Treppen und dann kommt da nämlich nein nicht so so will ich die haben so ja oder mache ich mache ich die dann auch aus dunklem Holz könnte ich eigentlich auch machen ne machen wir eine dunkle holzdecke Wäre eigentlich ne Idee Wäre eigentlich ne Idee Wäre eigentlich ne Idee Das wäre eine Idee dann müsste ich könnte ich das alles hier gegen Puh das ganze Holz wahrscheinlich direkt wieder weg Wahnsinn ähm so ouch so 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 dann machen wir mal eben das würde ich jetzt mal eben ausprobieren so 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 das heißt wenn ich das hier jetzt als Decke durchziehen würde na ein Fehltritt ne und schon ist man auf dem Boden wenn ich das hier jetzt als Decke durchziehen würde nein da muss ich aber irgendwo eins höher machen dann machen wir das jetzt mal eben hier machen wir das jetzt mal eben hier dann wird das nicht auch wieder ein ganzer Block ja ja genial so ja ich brauche mehr davon komm machen wir nochmal ein paar ja ... ... ... ... ... ... ... so ach man kommt schon so jetzt einfach dieser nacht shader geht es irgendwie nervig so schon besser gebe doch nicht